hallo und willkommen bei viel blauem nichts nummer 75 anderswo könnte man sowas als jubiläum bezeichnen bei mir nicht es ist halt einfach eine nummer macht ja auch nichts zur feier des tages nehme ich heute aber mit offenem fenster auf vielleicht hört man manchmal autos im hintergrund aber ich meine da werden wir alle mit klarkommen können hoffe ich doch schwer wird heute ein bisschen kürzer diesmal garantiert weil ich habe tatsächlich keine kommentare auf youtube was eher unüblich ist die wüsste gar nicht wann das letzte mal passiert ist oder gab es schon mal keine ahnung aber immerhin zwei e-mails also ein bisschen was gibt schon aber wie gesagt nicht die welt aber macht ja nichts gesundheitsupdate hals ist mehr oder weniger immer wie noch wie es ist aber meistens stört sich weiter mein ohr ploppen das irritiert mich weiterhin da werde ich die tage noch mal wieder mal neue ratschläge einholen ich meine es gibt könnte schlimmer sein aber es nervt trotzdem und jetzt gerade bin ich ein bisschen genervt von zahngeschichten die aber ich war beim zahnarzt ich habe nichts aber so nach einer zahnreinigung fühlt sich halt alles ein bisschen anders an sage ich jetzt mal und da muss ich mir jetzt auch wieder erst dran gewöhnen kriegen wir aber hin kurz für hat zwar keiner gefragt aber egal letztes wochenende war ja mein ehrv konzert wo ich so gejammert habe dass die wettervorhersage so furchtbar wettervorhersagt aber wie es denn soll sein soll zum glück sie hat sich geirrt für genau den halben tag samstag nachmittag bis nachts in der früh hat es gut geregnet am abend sollte es auch hat es nicht es war wunderhübsches wetter nicht zu heiß nach sonnenuntergang eher schon kühl war auch besser war ging um achte los und furztrocken das war echt gut das konzert war richtig gut der dominik glaube ich hat das auch schon mal gesagt wer kann und möchte und ehrv irgendwie ein bisschen affin ist und die option hat der sollte sich das noch anschauen bevor es keine chance mehr gibt ich glaube sie tourn noch bis ende september hier und da kann man ja auf der webseite nachschauen also mir hat es wirklich richtig gut gefallen knapp zweieinhalb stunden viele gute sachen viele neue sachen auch die sehr sehr meinungsstark und politisch auch waren also im publikum hat keiner geboot hat es ja niemand getraut weil dann wäre ein arschloch gewesen ja also schon war wirklich eine gute mischung was mich dann ein bisschen schockiert hat hinterher ich habe mir gedacht ach guck mal hörst du das zeug mal wieder an auf spotify stellt sich heraus sind die ehrv sachen nur die neueren alle vertreten bis die von ich sage mal die letzten zehn jahre pi mal daumen plus zwei drei best offs und die ganzen alten sachen gibt es nicht denkt man sich das ist ja blöd weil man ist ja doch gewohnt heutzutage bei spotify findet man sachen aber nö dem ist nicht immer so dann haben wir gedacht na gut gucken wir mal cds und stellt sich auch raus die neueren kriegt man alle auch sport billig teilweise ich habe natürlich unklugerweise auf dem konzert eine mitgenommen für viel zu viel geld aber ist ja egal und die die ersten drei mit dem eberhard dinger quasi die gibt es als bundle aber dazwischen fehlen einige die kriegt man nicht neu heutzutage und gebraucht kostet die ordentlich geld also bis auf 50 euro raus was natürlich ein bisschen arg viel ist für eine gebrauchte cd keine ahnung ob es rechtliche fragen gibt man soll es vermuten oder warum das sonst out of print ist bei einer band die seit februar eine große tour macht aber ja ist halt so ich hoffe mal das ändert sich irgendwann mal wieder weil das müsste mich ärgern also einige habe ich sicher irgendwo noch rumliegen in meinen regalen aber nicht alle deswegen naja gut soviel dazu gehe ich zu den e-mails achso ja wichtig natürlich hier die übrigen hinweise für die nächste folge damit es was gibt bitte material schicken fragen stichpunkte irgendwas bis idealerweise freitag 18 nur entweder an bla mit h at catchword.de punkt.de natürlich als e mail oder in die youtube kommentare was ja diesmal nicht passiert ist aber egal gut fangen wir an der gute max war der erste diesmal der schreibt hier hallo ich da chronicle ist er durch das ist respekt kann ich nur sagen es hat ihm spaß gemacht ein weniger bekanntes spiel von level 5 nachzuholen also ich war eins meiner ersten level 5 begegnungen glaube ich ich habe es damals getestet und sehr hoch bewertet weil es ein ganz tolles spiel ist meistens sich auf die dungeon erforschung nebenquests waffen verbessern ordensammeln und georama system beschäftigt hat sich jetzt sind auch die hauptsachen natürlich nebenschäftigen wir das bauen neue erfindungen angeln oder das golf namens feder eher wohl weniger ja das golf ist ganz witzig aber man muss es zum glück nicht lange spielen ich habe es damals auch so um die 50 stunden gespielt aber ich bin nicht zum an den schluss gekommen das weiß ich noch ich habe es vor ein paar jahren auf der ps4 gekauft wie es dann rauskam als eins der wenigen doch relativ wenigen ps2 spiele aber auch da wieder angefangen und dann bald liegen lassen dummerweise ja tolles spiel super sache gibt es immer wieder mal billig in irgendwelchen sales die place die paal version ist glaube ich hat sie balken ist langsam ich weiß es nicht mehr ich habe mir damals die amy version gekauft die dark cloud 2 heißt glaube ich weil die amys ja scheinbar wenn man denen nicht zugetragen dass sie kapieren dass eine fortsetzung ist dark cloud ist es auch das bessere das erste dark cloud ist schon auch okay aufs zweites in allen belangen bessern dann mal noch schade dass die dungeons eher eintönig sind ja sie sind zufalls generiert sie sind aus immer gleichen grafik sets alle zehn level oder quasi pro umgebung gibt es ein grafik set ich fand das nicht schlimm ehrlich gesagt aber ich kann es nachvollziehen dass man es auch besser finden kann auch besser kritisieren kann sagen so fragen habe ich schon mal schleichspiele gezockt ja sicher nie so richtig als ich will jetzt unbedingt ein richtiges death spiel lang spielen ich habe das erste metal gear nicht ganz durch aber immerhin also bis über psycho mantis bin ich schon hinausgekommen nein seifenfilter ist kein schleichspiel hat schleichelemente aber ich überlege gerade so richtig ein überwiegend schleichspiel ich wüsste jetzt gerade könnte ich nicht sagen also immer wieder mal was gespielt aber es ist kein subschorde das mich jetzt so super fasziniert hat weil ja finde ich auch gut was denke ich über den hype von fortnite der battle royal muss hat das nur einmal benutzt bei einem kill wieder von der platte gelöscht ich habe bis heute tatsächlich nie gespielt ich habe es mal runtergeladen und habe gedacht muss man mal anschauen was der hype eben so ist natürlich kriegt man es alles so mit jetzt mit der wm vor paar tage jetzt ninja geht zu mixer oh mein gott das ist eigentlich schon ziemlich ein knaller ich frage mich echt wie viele millionen microsoft den in den hintern pustet für dass er das macht der also nicht dass er nicht eh schon genug geld hatte wohl aber jetzt hat er definitiv genug geld ich weiß es nicht ich habe es nie gespielt mich interessiert es halt auch einfach nicht wirklich immerhin das battle royal konzept an sich finde ich hat schon seinen charme das bisschen was ich von fortnite gesehen habe kann jemand sagen es sieht wesentlich besser aus als pubg was ja wirklich bis heute aussieht wie eine hingekotzt ist unfassbar eigentlich fragt man sich wieso es jemals so beliebt war und natürlich ist die ganze geschichte dass fortnite ja eigentlich ein flop war wenn man so will bis wir dann eben den battle royal modus nachgeschmissen haben und der ist dann abgegangen wie nix das ist schon faszinierend aber ich kann nicht viel zu sagen selber muss ich halt jetzt leider zugeben aber offensichtlich hat es ja für epic funktioniert also geschäftstechnisch war es ein guter griff kann tim schäfer durch den kauf von microsoft seine werke wie psychonauts 2 in den griff kriegen also tim schäfer ist ja lukas film lukas film games lukas arzt legende der dann double fine aufgemacht hat double fine hat viele viele spiele ein paar bei publishern viele auch in die spiele und haben sich jetzt eben das war die große diesesjährige übernahme geschichte von microsoft werden drei double fine gehört jetzt zu microsoft psychonauts 2 ist seit jahren in entwicklung das war ja das haben sie gecrowdsourced auf fickt das war ja von ihnen feg eine neue crowdsourcing plattform eben nicht kickstarter sondern irgendwie das war die eigenheit dass leute die finanzieren quasi anteilig beteiligt werden am gewinnen des spiels irgendwie irgend so ein schmarrn und das dauert ja noch alles ewig so und dann meint er noch brutal legend hat das problem mit dem strategie modus broken age hat im ersten kapitel einen guten ansatz der beim zweiten kapitel beim rätsel aufschreiben und ein unfriedendes ende hat ich muss zugeben ich habe brutal legend nie weit gespielt nur an den anfang der ja richtig cool war deswegen habe ich die ganze strategie geschichte nie mitbekommen nur dass sie eben ich weiß dass die leute die es gespielt haben bei uns das eben auch nicht gut fanden den strategie teil und das natürlich die kommunikation vorher irgendwie komplett anders gewirkt hat keiner so richtig wusste dass da so viel strategie drin ist und broken age habe ich die erste hälfte gespielt und bei der zweiten bin ich sehr schnell ausgestiegen weil da irgendwie ein blödes rätsel war wo man sich sachen notieren musste ich weiß es nicht also soweit ich ja weiß der punkt ist ja offensichtlich hat der man probleme damit seine spiele zu einer runden sache zu machen wenn man ihn machen lässt ich glaube aber dass microsoft immer gerne sagt wir lassen unsere studios machen und mischen uns nicht ein und wenn das stimmen sollte dann glaube ich geht es genauso weiter psychonauts 2 wird ja auch noch für die anderen systeme rauskommen mutmaßlich das war ja bisher auch immer so bei den anderen die sie übernommen haben mein auto world's ne auto world's auto wild's von obsidian kommt ja auch für alle raus obwohl sie inzwischen zu microsoft gehören weil irgendwann wird seiko not 2 fertig sein ich glaube auch ich bin ich habe keine großen erwartungen weil ich fand ich habe das erste damals getestet und auch weit gespielt es war cool gemacht aber spielerisch eigentlich nichts besonders deswegen erwarte ich beim 2 auch nicht so arg viel mal schauen wie finde ich wacken gerne würde er mal dieses rock spektakel anschauen wenn man nur die tickets kriegen könnte ich muss zugeben ich habe keinen schimmer wie das mit der ticketsituation ist mutmaßlich schwierig wenn du das so sagst ich finde es als kuriosität am rande ganz lustig was man ja von außen nur so mitkriegt ja großes metal festival irgendwie auf irgendeinem bauern wiese quasi da im norden man spielt die blaskapelle ja irgendwie ich habe sonst keine große meinung dazu es ist halt man da spielt nicht meine musik die mich interessiert und das publikum würde ich mich wahrscheinlich auch nicht wesentlich wohler fühlen demnach ist es nicht meine baustelle aber es klingt auf jeden fall putziger und herziger wie jetzt die ganzen gigantomanischen geschichten wie rock am ring wobei das wahrscheinlich inzwischen auch sehr professionalisiert ist da aber ja so welches mag ich und mag ich und ist mir aufgefallen wie kleine geworden sind wahrscheinlich um geld zu sparen ja das ist ja immer der klassiker ich habe muss sagen nein ich habe keinen schimmer ich habe schon ewig kein magnum mehr gekauft die waren ich fand magnum waren eigentlich immer ganz schön groß die normal großen deswegen finde ich ein bisschen kleine jetzt nicht so schlimm außer weil es natürlich gleich viel kostet das ist blöd ich habe auch ich habe keinerlei überblick welche arten sorten es gibt ich kenne die normal natürlich ich glaube den mit weißer schokolade und ich habe doch mal vor zwei drei jahren wie man auf die gamescom gefahren sind habe ich irgendwie magnum mit champagner oder was war das für ein quatsch oder sekt probiert also da kann ich nichts viel zu sagen in normalen und schmecken gut und die mit weißer schokolade schmecken auch gut sind natürlich sehr süß weshalb weiße schokolade so üblich ist deswegen kann ich da jetzt habe ich keine großen präferenzen kleiner geworden ist natürlich blöd aber ich bin halt ich muss auch zugeben ich bin ein bisschen geizig schleckeis ist mir eigentlich und normalerweise zu teuer und ich habe wir haben daheim meistens irgendwelche eiskübel wo man sich halt ein zwei kugeln rausholt wenn man wirklich lust hat und das reicht es auch und ich muss auch zugeben steckerl eis solche sind immer wenn es dann wenn man nicht schnell ist was ich auch nicht möchte dann fällt einem immer die schokolade runter und dann aufs t-shirt und dann hat man fleck also passiert öfters mal ist immer ein bisschen doof aber egal so er ist dann in Wien meint der gute Max und das macht uns ein Beweisfoto fürs Heft na dann nur zu fürs Wochenende danke wünsche ich dir auch kommen wir zur zweiten Hälfte wird ein bisschen länger weil wir haben einen Monolog das heißt Profi Zuhörer wissen natürlich das kann nur der gute Tokio sein ist es auch richtig hallo ich meinte da schon seit einigen Jahren seit ein paar Jahren großer Katzenfreund ist sich immer mehr an Katzenvideos erfreut und dann an meinen drei Tigern das sind zwei Tiger und eine Tigerin wenn man so möchte aber schön dass wenigstens irgendjemand anschaut ist er schon seit geraumer Zeit am überlegen sich jetzt ebenfalls ein Vierbeiner zuzulegen vorletzte Woche hat er sich dann mit seinem Vermieter getroffen was er denn davon halten würde da laut Mietvertrag eigentlich keine größeren Tiere gehalten werden dürfen begeistert war er zwar nicht unbedingt allerdings hatte er damals selber eine Katze weswegen er ihn schon verstehen kann er meinte er soll sich dann mal gut überlegen aber wenn ich unbedingt wenn er unbedingt eine haben möchte wäre damit einverstanden ich muss zugeben ich bin mir nicht ganz sicher ich habe tatsächlich ja auch eine Wohnung vermietet ich weiß gar nicht was in meinem Mietvertrag drinsteht ich weiß nur meine Mieter haben keine Tiere die haben auch keine also ich sage mal so da würde ich mich sehr wundern wenn die mal Haustiere wollen größer ich meine ich bin mal ganz sicher kann man Katzen wirklich verbieten Hauskatzen also Vögel gleich kann man nicht verbieten Hauskatzen ich meine man könnte das gar nicht zwingen und das sagen aber leg mich nicht darauf fest aber wenn ein Vermieter eh sagt ist okay dann passt ja ja so dann hat er dann also letzte woche meine Tierheimen online in der näheren Umgebung umgeschaut es ist leider gar nicht so einfach eine richtige Katze zu finden da eine reine Hauskatze braucht Freigang ist bei ihm nicht möglich und in den Tierheimen sind zumeist Fundtiere welche eben Freigänger sind beziehungsweise wo man nicht klar sagen kann welche Haltungsform angemessen sind ja das kann ich mir gut vorstellen ähm ich meine mit Jungkatzen könntest du es natürlich theoretisch probieren die nur so klein sind dass sie eh noch nie draußen waren ich meine wir haben unsere zwei zwei Nachwuchs Viechis die waren auch die ersten paar Monate ihres Lebens nur im Haus ist unter allem im Regelfall im Keller wo man sie deponiert ist der Falschrastruktur wo sich halt damit sie in Ruhe sein können die Mutterkatze mit ihren kleinen äh haben wir ihr Bettchen da aufgestellt die hat das auch gleich akzeptiert ähm also mit jungen Katzen da kann man sich daran gewöhnen aber offensichtlich möchtest du ja klingt jetzt für mich so eher gereift den Katzen ein gutes neues Heim geben da ist es natürlich ein bisschen schwierig das stimmt schon er hat auch schon mal bei ebay Kleinanzeigen geschaut aber auch nicht unbedingt das richtige gefunden vom Züchter wäre natürlich auch möglich wobei er eben das steht auch wobei lieber eine ältere Katze haben möchte allein weil da schon eine Grunderziehung vorhanden ist das stimmt äh ich überlege gerade wir haben mein Katzenklo na gut in der jetzigen Situation ist es schwierig weil unsere hatte ja eine Mutter dabei also in den ersten Monaten gab es die Frage gar nicht und wie sie mit so im heranwachsenden Alter haben sie es manchmal leider unsere Couch gerne hier hier und da mal unsere Couchen als als äh Pinkelstätte benutzt das große Geschäft hat immer geklappt aber beim beim Kleinen da ging es manchmal auf die Couch es war nicht ganz so toll zugeben klingt gut ja äh er hält auf jeden Fall weiter die Augen offen denn wie heißt es schön eine Leben ohne Katze ist möglich aber sinnlos das ist richtig äh ich meine wir haben ja immer hier Glück gehabt mit unseren wir haben zu meinem Lebtag unsere erste Katze haben wir bekommen da war ich vielleicht ich glaube mein Bruder zum 18 da war ich nicht ganz zehn Jahre alt wir haben die erste Katze aus dem Tierheim glaube ich da war ich nicht dabei die zweite haben wir eben zwei Jungkatzen von jemandem per Zeitung übernommen die waren damals keine drei Monate also die waren schon konnten schon ohne die Mutter waren die wirklich so jung überrascht mich eigentlich die säugen normal ist viel länger also die konnten schon ohne Mutter aber die waren noch wirklich klein und äh wir haben ja hier immer gerade schon gehabt und danach sind uns immer alle zugelaufen sprich die waren schon äh quasi Klogang nach draußen gewohnt und konnten rein und raus wie sie wollten teilweise am Anfang nicht später schon hatten wir die Katzenleiter jetzt haben wir eine Katzenklappe ähm ich würde gerne sagen wenn du da äh ich weiß ja nicht wie du so unterwegs bist normalerweise also an also respektive wie abwesenheitszeit daheim es wird ja immer gern geraten dass man sich dann zwei Katzen zulegt damit die damit die Einzelne nicht alleine ist also ich glaube schon dass einzelne Katzen jetzt nicht vereinsamen wenn man oft genug mit ihnen streichelt und sie pflegt wenn man daheim ist aber zwei Katzen ist einfach noch cooler als eine und vor allem wenn sie sich vertragen im Idealfall also kann ich nur sagen ich weiß das Kollegen ein Kollege hat Katzen sind auch zwei die müssen auch im Haus bleiben da hat man eine Action das ist nicht schlecht so letzten Montag war beim Saturn bei Ihnen unterwegs und tatsächlich war schon länger nicht mehr in den oberen Etagen da wenn ein Laden aufsucht eigentlich nur etwas am Servicepunkt abholt da online gekauft und um Versandkosten zu sparen in den Markt geliefert kann ich nachvollziehen wenn es nah genug ist ich meine mein nächster ist auch zehn Minuten mit dem Auto weg aber denke ich mir mal zwei Euro Porto ein 30 Kilometer Auto fahren dann bin ich die zwei Euro auch los so ungefähr ähm und ich einen hier in Augsburg einer ist doppelstöckig der andere eben aber ja kenne ich ja alles die Entertainbereiche sind so schwierig die einzelnen Etagenbereiche wurden ziemlich umgeräumt meint er besonders die Entertainbereiche mit Spielen, Filmen und Musik und bei der CD-Ecke stach ihm sofort ein extra Platz nur mit K-Pop ins Auge das fasziniert mich ich glaube ich muss mal in unsere Saturn schauen ob es das bei uns auch gibt das ist sehr kurios fand das schon bemerkenswert dass eine doch so nischige Musik so viel Aufmerksamkeit eingeräumt wird er persönlich würde sich so lieber eine J-Pop-Ecke wünschen da kann er wohl lange drauf warten stimmt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag höchstwahrscheinlich ähm das ist kurios ja also ich habe ja auch Saturn hat ja vor ein paar Jahren das ist nicht quasi neu ausgelegt vom Look hier ich finde Saturn heutzutage höchstgradig unsympathisch beim Neigehen alles so so hell und grell und so grau und Plastik-Look äh das hat sicher irgendwelche Marktforschungsgründe aber mich erinnert das irgendwie an den Schleckermarkt wenn es die noch geben würde der Schlecker war immer wenn man reingeht also Schlecker hat für mich immer eine Ambiente ausgestalt so klinisch nach dem Motto ich möchte möglichst schnell wieder raus aus dem Laden was für mich immer irgendwie unsinnig klingt ich soll doch vielleicht länger drinbleiben und noch stöbern wollen und die Saturns die wir hatten die waren auch ein bisschen dunkler ein bisschen halt mei dunkler Teppich warmes aber nicht so arg helles Licht war gut fand ich und jetzt ist es halt alles so und auch die Umräumerei das haben sie auch gemacht in dem in der Citygarden auch gespielt gefühlt haben sie viel weniger eben Medien jetzt auch also klar geht ja alles in Richtung Online ist mir schon klar aber trotzdem ist und ich meine zum Stöbern gehe ich da eh nehmen man findet ja nichts das Beste war in dem einen wo ich geschaut habe haben sie vor nicht allzu langer Zeit mal habe ich dann festgestellt haben sie beschlossen die Spiele nach Altersfreigabe zu sortieren ist völlig bescheuert ich meine gut bei Filmen gibt es auch die Regale ab 18 und ab 16 bei ab 18 bei Spielen gab es das auch schon da lasse ich es mir ja noch eingehen weil ja relativ klar ist wo jetzt irgendein Ballerspiel liegt aber habe ich eine Ahnung ob das Hüpfspiel ab 0 oder ab 6 ist ob NHL dieses Jahr ab 6 oder ab 12 ist weil ja also so ein Schmahn aber sie haben es gemacht und naja gut J-Pop äh respektive K-Pop muss ich echt mal schauen schon kurios aber gut ich meine du wohnst irgendwo wenn ich es im Ruhrgebiet droben da ist natürlich eher das ganz anders weh im in der heilen Welt hier im im Vorberggebiet ja Fragen im schwäbischen äh schwäbischen im schwedischen Mediamarkt Online-Shop kann man ja die PS4 schon vorbestellen für ungefähr 950 Euro ja da habe ich eine Meldung draus gemacht ich weiß was halte ich davon und finde ich den Preis im Bereich des Möchens das garantiert ein Platzhalter das ist natürlich ein Platzhalter die Frage ist warum sie es nicht schon längst runter haben sie es ja inzwischen runtergenommen aber so absurder Platzhalterpreis niemals wird das so viel kosten also ich glaube schon dass sie teuer wird aber ich glaube nicht dass sie über 500 geht sage ich jetzt einfach mal so weil das ist so ein so eine Schallgrenze die jetzt die Xbox One X ja auch hatte gut ich meine ich überlege gerade war die PS3 teurer oder war es noch Mark damals vergessen nee also das das ist ein Dummy-Preis ich meine überhaupt das jetzt schon überhaupt ich meine irgendwo habe ich mal gelesen Leute im Backend vom System gibt es sicher für alles mögliche schon angelegte Sachen aber dann sollte man schauen dass sie nicht öffentlich zugänglich wären totaler Quatsch seit kurzem schaut er sich auf YouTube die koreanischen Katzen Suri und Noelle an samt Nachwuchs und Besitzer verstehen tut er zwar nichts aber trotzdem immer wieder sehr amüsant kenne ich die Katzenfamilie oder zumindest schon mal reingeschaut ich weiß dass die gibt die schlägt mir YouTube ab und zu mal vor aber gezielt angeschaut habe ich noch nie ich glaube das sind so Scottish Trolls oder die ein bisschen drunter das Gesicht mit ein bisschen Schlappohren zumindest einige davon das sind ja gleich fünf oder sechs gleich die schauen ja immer besonders niedlich aus mit ihren kleinen Schlappöhrchen aber richtig genau nicht angeschaut also ich habe ich schaue auch nur so punktuell manchmal was natürlich mein Mado kennt eh jeder die Tenplus Cats habe ich eine Weile ein bisschen intensiver geschaut aber die sind auch ein bisschen runtergefallen das waren alles so das sind mehr so Kanäle wo nicht viel gesprochen wird Mado natürlich gar nicht Tenplus auch nicht Cat Pusick oder wie er heißt der ist ganz interessant weil es ist so eine normale Hauskatze oder schwarz-weiße wo immer recht lustige Geschichten mit der angestellt werden und eine ganz recht kluge Katze scheinbar ich bin mal über die Cream Heroes gestolpert das ist auch aus Korea die sind in der Regel untertitelt sogar mit Englisch da gibt es jeden Tag ein neues Video oh mein Gott hey die Frau die der Butler wie es so schön heißt auf Englisch die Butlerin hey die muss einen Aufwand betreiben auch so mit mit meistens irgendwelchen Gimmick-Geschichten so mit Katzenspielzeug oder Katzen also kannst du mal gucken Cream Heroes heißen sie glaube ich nur das sind sechs Katzen glaube ich mit viele paar langer Katzen weiße und schwarze ne weiße nicht ganz so weiße und eine so eine Munchkin das sind so diese Katzensorte wo die so so wie also wie ein Dackel in Katzig wenn man so will ein bisschen meistens so ein bisschen gedätschen Nase ein bisschen Persamäßig aber nicht ganz so schlimm und kurze Füßchen also die dackeln mehr so tatsächlich ich weiß nicht ob das für die Katzen ganz toll ist aber es sieht niedlich aus zumindest und die Katze die die spricht dann auch ein bisschen hat halt so Voice Over bekommen also ist ganz witzig ähm und auch was mir letztens irgendwann mal über den Weg gelaufen ist ist Lex und Cinnabon das ist ein Typ der wohl mal einen YouTube-Kanal aufgemacht hat um seinen Waffenfetisch zu äh auszuleben also aber vor ein paar Monaten ist denen man irgendwie der wohnt in so einer Berghütte quasi ist ihm eine Katze zuglaufen so eine sieht ein bisschen wildkatzenmäßig aus aber in rot äh also eine rothaarige rotfällige rotpelzige äh und die hat er mit nach ein paar Jahren nach ein paar Monaten hat sie sich aneinander gewöhnt und der stellt auch die haben sich quasi verliebt die zwei und dann seitdem gibt es ein zwei jeden Tag wieder so und das ist ganz banal so Katze schläft hier so aber das ist ganz nett der hat eine eine sympathische Stimme obwohl er Waffenfetisch hat mein Gott was soll man machen ähm und die Katze ist auch irgendwie sehr nett das schaue ich so ein bisschen ab und zu an aber ja ich meine Kohl und Marmalade gibt es natürlich auch aber das ist ja auch einer der ganz großen Kanäle ich meine Aaron's Animals kommt zu selten was also gibt genug kann man schon schöne Sachen anschauen wie gesagt Surinale ist mein Begriff aber kann ich nicht so aus eigener See Erfahrung viel dazu sagen so das neueste Wolfschenstein hat ja nicht nur hat ja nicht nur bei uns zum ersten Mal Hakenkreuz an Bord sondern schwimmt auf der doch eben schon das erste Mal bei uns sonst schwimmt auf der Welle Sandbox RPG Elemente und online zu zweit spielbar Welle mit er findet es ziemlich daneben dass Entwickler mittlerweile versuchen irgendwelche aktuellen Trends in ihren Spielen unterzubringen weil es populäre Vorbilder vormachen gerade die neuen Wolfschensteinspiele lebten von harten Schlauch-Action sehr guter Singleplayer Kampagne only und keinen unnötigen Gameplay-Schnickschnack was halte ich davon dass Spiele immer mehr nach Schema F zusammengeschustert werden wo sehe ich das ganz anders naja ich hab Wolfschenstein Youngblood nicht gespielt wie die Vorgänger dummer jetzt auch nicht obwohl ich sie hier stehen hab ich hab hier auch ganz konsequent mir das bei Amazon Amerika bestellt weil ich keine Lust hatte mich zu ärgern und tatsächlich ist ja auch bis heute kann mir keiner sagen ob es in Deutschland Cyberpilot Uncut wirklich gibt und dann hab ich halt einfach mir den bequemsten wählt ging ja schon ähm ja also ich weiß ich hab's tatsächlich vorher gar nicht so sehr verfolgt dass das so ganz anders ist Koop warum nicht gibt's ja Shooter auch aber dass das mit dieser offenen Weltgeschichte und dass da Arkane so ein großes Händchen drin hat das war mir nicht bewusst dass es halt nicht aufgeht es ist ärgerlich für Fans von allen quasi von den normalen Wolfschenstein Arkane-Fans die ja mit ihren Dishonored und so und Prey doch auch da hat's ja wohl offensichtlich gut funktioniert aber irgendwie hat das hier nicht ich mein ich find's schon okay dass man mal probiert aber wenn's halt dann nicht klappt ist natürlich ärgerlich Schema-F würde ich das nicht so nennen weil ich glaub Dishonored und Prey sind ja schon eher nicht so Schema-F Schema-F ist ja was was man Ubisoft gerne vorwirft hier Watchtower 1000 Icons genau hin löst was aus ähm wie gesagt wenn's funktioniert ist es mir egal nicht so wichtig ob's jetzt originell ist oder nicht aber hier schafft's ja scheinbar klappt ja wohl nicht so wie oft besorge ich mir eine neue Brille äh im Prinzip gar nicht wenn's nicht sein muss äh lustige was ist lustiger interessanterweise hab ich ich müsste mal wieder hingehen zum Messen schon lang her äh mir einmal eine neue besorgt weil die alte kaputt gegangen ist tatsächlich dann hab ich mir gedacht jetzt mal frisch eine neue Brille vielmann billig also die die ich jetzt aufhabe in den Videos die ist schon wirklich sehr alt aber seitdem hat sich mein Sehwerte auch tatsächlich bestenfalls unmerklich verschlechtert weil ich immer noch ganz ordentlich sehe ich war dann mal zwei Jahre später dort und hab wieder gemessen jetzt probier schon mal eine andere Brille die ein bisschen kleiner ist weil die man sieht ist ja doch ein bisschen größer mit kleineren Gläsern die hab ich auch aber benutze ich ja selten und seitdem war ich nicht wieder dort weil wenn's nicht sein muss ich hab mich an die so gewöhnt ich bin kein Modemensch der sagt ich brauch eine coole Brille damit ich jetzt den Trends nahe laufe ich mag auch ich möchte auch die also ganz große Brillen möchte ich auch nicht aber schon eine wo die Ränder mir nicht dauernd im Blickfeld sind deswegen bleib ich bei der solange es halt geht so und als Milchtrinker meint er frische Milch oder darf es auch mal haltbare Milch bei mir sein dürfen schon also ich hab kein größeres Problem mit Haarmilch die schmeckt natürlich nicht ganz so frisch überraschend geht schon aber normal also wir haben recht hohen Milchverbrauch in der Woche deswegen gibt's stellt sich die Frage nicht ob die Milch schlecht wird bevor sie weg ist deswegen kaufen wir schon immer normale Standardmilch und ja das war's tatsächlich nicht ganz eine halbe Stunde wie gesagt diesmal ein bisschen schlanker weil halt nichts da war macht jetzt nicht und ich auch jetzt keine großen Märchen mehr ausdenken möchte gerade wie gesagt und ich besagt alles mögliche gerade ein bisschen mal mehr mal weniger also nichts zum Glück nichts wirklich Schlimmes gesundheitlich aber es nervt mich halt alles ein bisschen aber da muss man halt durch und ja dann halt ja ein Video für nächste Woche ist kommt was keine Angst äh für das nächste Bla wie gesagt Material die üblichen Verdächtigen gerne wieder die auch die die wieder heute passiert haben gerne auch wieder und zwar entweder als E-Mail an bla mit h at kernspieler.de oder bei YouTube in die Kommentare wie immer halt bis Freitag 18 Uhr idealerweise äh nächstes Wochenende ist ja auch der Summerslam und äh Takeover und lasst euch überraschen ich bin dabei bei Headlock dann gibt es danach davor vielleicht auch wer weiß das schon viel zu hören wieder wer mit Wrestling auch noch klarkommt oder nur meiner lieblichen Stimme noch mehr lauschen will das geht schon und sonst so aber gucken wir mal was sonst noch passiert ich werkele hier und da rum und ja und jetzt bevor ich noch weiter unsinn erzähle wünsche ich mir ein besseres Wochenende und euch auch ein sehr gutes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Untertitelung. BR 2018